Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Season 2 mit Luca, ein herzliches Buh, mit Gabriel, ein herzliches Doppel-Buh, und mit Pepit ein herzliches Yeah, Buh, so, und mit Tim natürlich auch noch, nicht zu vergessen. Hallo, Luca ist wieder dabei, leider, das ist wie eine so eine, wie hat Gabriel letztens gesagt, in der Einaufnahme, ist wie Herpes, ne, kommt immer wieder. Ja, okay, du hast ja schon am Anfang schon große Fresse, oder? Wieso, Gabriel hat in der Aufnahme gesagt, ist wie Herpes, ist wie Herpes, hast du wohl gesagt, nee, das hast du gesagt. Ich muss mal machen, ey, ich muss mal machen, ich muss mal das machen, ich muss mal das machen, ich muss mal das machen, wollte. Jetzt will Gabriel nicht rausgehen. Ja, Gabriel will sich ganz klar. Wird Tim, willst du wieder die Eintragsflieger sein? Wollen wir nicht? Entschuldigung, das war ein Creeper, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich hatte Aua, tu mir doch nicht weh. Kannst du dich mal töten, bitte? Aua. Ich bin gleich tot, ey. Was kann ich dir für dich tun? Ich wollte das wieder heil machen. 1, 2, 3. Kriegst du jetzt verbrochen wieder? Welche Sachen? Sagt das Gabriel, nicht mir. Ich habe aber auch Sachen genommen. Ich habe nur das Wichtigste genommen. Ja, und ich habe das Unwichtigste genommen. Erde, Stein. Ich habe das Wichtigste genommen, wie Nessar war. Nessar, Nessar war zu... Luca? Du hattest vor nicht mehr so viel Leben, wa? Okay, so fangen wir wieder an. Oh mein Gott. So fangen wir wieder an. Ich habe alle Sachen hier liegen gelassen. Mann, ihr seid ja schneller als ich und Dominik. So, Luca, Luca, Luca. Die, das, du hast schon wieder angefangen. Ich habe den Beweis jetzt dafür. So, Luca, wieso hast du das gemacht? So, und jetzt habe ich... Ja, ich habe die noch wieder heil gemacht, du Spasti, ey. Du hast den Rohstoff geklaut. Ne, habe ich nicht. Doch. So, Reise. Also Videomaterial, ne? Das ist wohl wahr. Nie veröffentlicht wird. Naja, das ist glaube ich schon veröffentlicht, wenn ich nicht recht. Ja, das ist schon. Deswegen weiß ich dich ja auch. Ja, deswegen weiß ich dich ja auch. Ja und? Ist doch scheißegal. Obwohl doch eigentlich war. Warte, steil. Ja, Luca. Haben wir jetzt zu Hause? Ja. Ich werde mal eure Sachen abholen, ne? Kleiner Spasti, ey. Ja, ich bin ja alle einzeln aufgetischt. 3-0! Was habe ich denn hier genommen? Super. Na, das brauche ich mich heute mal sehr gut wieder, ne? Ja, ich bin schon zweimal hinten. 3-0. Achso, eh war zweimal. Ja. Hallo, Gabriel. Oh, komm, denn die klaut der noch. Mach das mal kaputt hier, mach mal hin. Mach mal hin jetzt. Oh, oh. Oh, ich würde mich nicht noch mal schlagen. Ja. Oder mein Sound ist so laut. Mach mal weg, Alter. Mach dir denn jetzt. Was denn hier? Der Höhle des Löwen. Alter. Luca, jetzt ruhig. Okay. Beruhig dich doch mal, ey. Gieß es nur kurz. Sicher, dass ich wiederkrieg. Ja. Okay. So, zweimal jetzt innerhalb von 3 Minuten und 50 Sekunden. Du willst es echt auf die Spitze treiben, ne? Du kannst dich doch. Ja. Ich bleibe mal wieder weg, ne? Na gut. Würde ich mal sagen, aber... Nahrung, hier ist Nahrung. Hallo, Nahrung. Hallo. Oh, Nahrung hat... Ja, ja, hallo, wir waren immer schon gute Freunde, ne? Äh, zwei Spinnen auf mein Haus, das mag ich nicht. So, ich guck mich an, das ist ein Stalker, Stalker, das ist ein Stalker-Spiel. So, Dominik, du hast ja noch meinen, dein Brick vergessen. Oh, der Weg sieht scheiße aus. Der Weg, der hier sieht scheiße aus. Ja, das wird weiter. Ja, er ist irgendwie so hingeklatscht und hingeschmiert. Gabriel, halt die Fresse, du kleiner Spasti, äh. Das wird jetzt gefällt. Jetzt weiß man, was ich mir immer von dir anhören muss. Weil er ist jetzt in der Truhe bei dir. Von dir und Dominik. Was ist denn da? Der Weg. So, Luca, wo bist du? Nirgends. Boah, ich glaube, ich muss den Shader gleich mal ausmachen. Nirgendswo. Ist klar. Ich hab's eh irgendwann getaustes Heim aufgegeben. Ja. So schön. Cool, dann kann ich jetzt ein paar Sachen abbauen. Kannst du ehrlich machen, Pippet? Die Staline sind fast auch... Also, ich glaube, dass Luca zu seinem alten Haus wieder geht. 3-1. Das ist der beste, wo du jetzt bist. 3-1. Er hat ein altes Haus gemacht, das ist ein... Das ist... Neben einem Baum, dann geht's ein paar Blöcke nach unten. Und dann hat er ein Höh... Ein Höhlenhaus gehabt. So, Luca, sag doch mal, wo du bist. Ja, ich bin so... Ja, auf Grasblöcken. Aha. Das war schön. Wir sind derweil auf Stimmblöcken. So. Okay. Pappert, hast du vielleicht eventuell was zu essen für mich? Eventuell ja. Ungefähr... Bisschen ja. Während neun. Eventuell neun. So. Ähm. Ähm. Was ist denn hier für ein Erdblock, ey? Das war Tim, ne? Ja, das war Tim. Das Erdblock-Ding da oben. Baust ab. Pass auf, so ein paar Sachen bei dir hin. Nein, ey. Höh... Na ja. Au, schnittes Vollgebäude, Dominik. Muss ich noch alles sagen. Ah. Fick dich. Gabri, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Ich auch. Wie sieht's denn eigentlich so bei dir aus? Was hast du so... Immer noch genauso wie vorher. Wie letzte auch, ne? Ah, aber die... Willst du mir kommen, oder was? Ne, ich bin gerade unter deinem Mutterschiff. Oder? Da gehst du... Also hier... Ich ist momentan an Baustelle, also darfst du... Aber ich war doch letztens auch schon drauf. Ja, aber jetzt nicht mehr. So, Luka. Der kann doch oben, Gabriel, aufpassen. Ne. Ja, Luca, sag doch mal, wo du bist. Ähm, unterteile. Unterteile noch, ne? Sag doch mal die Koordinaten. X minus 10 und Z 23, aber auch ein Minus. Aha. So, Shader aus. Oh Gott, sieht der Scheiße aus. Oh, ich brauch was zu essen. Hab ein bisschen Fleisch für dich. Ne, ne. Hab ich in die Lava geschmissen, als er das letzte Mal was hier gemacht hat. Das war gutes Fleisch, ey. Ich muss mir die Rinder auch... Ohne zu irgendwas sterben. Dominik, wo bist du gerade? Ich suche Luca. Sicher? Ja. Oder bist du bei mir hier irgendwo? Ja, ich blende gerade bei dir irgendwo Lava. Also pass auf, wo du hin trittst. Sag mal ein bisschen klein. Irgendwie hab ich das Gefühl, du... Du rennst von mir rum. Ich renn ja auch bei dir rum. In deiner Nähe. Also in mein Haus wird nicht gegangen. Also sprinten heißt das? Unten, unten nicht rein. Da wird kein Fuß reingesetzt. Das wird nicht betreten. Was hast du jetzt auf einmal gegen mich? Nee, ich brauch ja jetzt auch mal meine Ruhe. In der letzten Folge, da war das hier echt so in der Hauptzentrale. Ja, weil das auch sehr spannend war. Ja, aber du musst nicht parteiisch sein, denke ich mal. Es ist Luca, aber von mir, ey. Luca, äh, Dominik, raus, ja. Geh hier raus. Hallo. Ja, raus. Ja, raus. Ja, raus. Das ist Lane bei Missile. Sensationell, boah. Jetzt hab ich echt die Schnauze voll, ne? Ja, ich hab gesagt raus. Ja, wenn ich von oben... Sag mal, ich wollte nur nach oben, weißt du? Ich hab gesagt raus. Ja. Ich hab ja schon, bevor du hier drin warst, raus gesagt. Ich war ja noch nicht drin. Ja, deswegen raus. Du darfst hier nicht rein. Ja, raus vor allem, weißt du? Boah, ich hab echt die Schnauze voll. Das ist ja gut. So, Gabriel, ich komm nochmal zu dir und dann hol ich meine Sachen wieder. Ja, und mehr auch nicht. Ja, okay. Keine Ahnung. Also, ich hab keine davon. Wo liegen die unten? Ja, da liegen sie. Ja, da liegen sie. Ja, irgendwann hab ich auch die Schnauze voll, ja. Das ist gut, dass ich noch bis das... Ach, tatsächlich. Ja, liebe sie. Würdest du zwei Eisenschwerer, da wolltest du Akimbo machen? Ne, ich hatte das eine aufgesammelt und das andere hab ich auch aufgesammelt. Meins? Nein. Hey. Was denkt ihr, wie der Bruchklammling ist, der Gebäude zum Obfacken? So, Luca, jetzt übertreiben wir es. Mit Spaß. Obsidian, Obsidian. Na, kannst du ruhig machen, Luca. Ich hab damit kein Problem mehr. Nein, jetzt kommen wir alle mal runter. Dominik holt seine Sachen. Geht dann wieder. Ich mach doch so oder so nichts bei dir. Ich hab mit dir jetzt Frieden geschlossen. Ja, ich kann schon mal. Ja, und ich will doch jetzt mit dir keinen Stress mehr machen. Ich kann dir deine Haut von dir sehen. Ja, und? Schön. Boah, ey, meinst du, so ein Feuerfall kann von da oben bis zu deinem... Boah, Mann. Ich will's doch probieren, glaube ich. Das brennt gar nicht. Nein, das brennt auch nicht. Och. Und da macht er hier eine Adventure Map, damit ich auf das Gerüst drauf kann. Aber muss ich hier noch alles überdecken, dann nicht so Pellern zu pringeln. Wie fehlt was, Gabriel? Was denn? Habe ich schon gefunden. Alles gut. So, Luca, wo bist du denn? Wollen wir euch mal nach vorne? Wollen wir euch mal nach vorne? Na ja, bei den Nahten startet das F3 war das, ne? Mittlerweile sind wir bei 100, bei X und bei Z sind wir 120. Alles abbauen. Gott sei Dank musste ich das vermeiden, zu sterben. Dann musste ich paar mal den Weg wieder laufen. Komm Spawn aus. Ach, der ist halt daneben. Und Dominik, wo bist du so gerade? Ich bin gerade Z-Holder25-X116. Gabri, ich habe nur mit dir gerade eben deine Leiter runtergetan müssen. Weiß. Also bist du doch bei den Gabri, oder? Dominik, was willst du hier? Was? Wenn ich sage, X100 schießt mich tot und schießt mich tot, schießt mich tot, kann ich doch nicht bei dir sein, wenn ich gerade weggelaufen bin. Dann wiederhol noch mal die Koordinaten. X50, Z102. Das ist nicht bei Gabriel. Du bist so schnell 70 Blöcke gelaufen. Meine Fresse. Na, ich sehe ihn gerade. Ja, ich habe das bei dir. Ja, jetzt komme ich zu dir, Gabriel. Weil ich wissen will, wer bei dir ist. Weil ich werde ja überall beschuldigt. Du gehst da raus. Dominik. Alter, guck mal, und jetzt wunderschönlich, warum du getötet wirst. Ich werde doch nicht getötet. Sicher? Sicher. Ganz sicher. Ja, ganz sicher. Nein! Was los tut tut. Meine Spieler ist kaputt. Ich muss immer wieder eine neue nehmen. Nein! Ich wollte nicht mehr so viel. Ja, Mann, schau, zack, nein. Obwohl, nein. Obwohl, nein. Nein, nein. Ganz schnell. Ja, ganz schnell. Ich glaube, ich nehme ein paar Melonen da, sobald Dominik nicht mehr ist und dann näher ist. Ja. Ich wollte ja voll schnell, mit der hat jemanden stehen. Da, ich wüsste immer noch bei mir. Nee, nicht mehr. Was? Ich sollte ja gehen. Warum hast du dir den Unsichtbarkeitstrank reingenommen? Ich habe keinen Unsichtbarkeitstrank reingenommen. Warum nicht? Darum. Warum nicht? Dann bist du dir auch ganz sicher, dass du den nicht genommen hast. Ganz sicher. Okay. Nein! Ich bin dann gebaut. Ja, aber mir auch. Ich merke das schon am Feuer, wie das leckt, ey. Man das auch löschen kann. Und so. Fertig. Dominik, wie lange hast du gebraucht, um dein Gebäude aufzubauen? Lager. Ich denke, eine Folge will rechnen, das wird zu zerstören. Ja. Ein Bruchteil der Folge, glaube ich schon. Da ist immer beim Wollgebäude. Dominik. Hm. So schön. Wer ist denn da ungefähr, Pippet? Würdest du mir das verraten? So, was ich da direkt sehe, könnte, glaube ich... Schafe können... Schafe können... Nein, nein, nein. Schafe. Drei Herden. Drei Herden. Drei Stück, direkt? Ja, ja. Drei Stück. Das ist schon hart. Hm. Boah, diese Folge... Die ist so innovativ. Ja, doch, die planen irgendwas, ey. Wir tecken irgendwas aus. Sind wir ja nicht geheuer. Ich habe noch... Ich habe noch... Ich habe noch hier im Inventar noch eine... Iron... X. Das muss ich mal wegmachen. Und Luca, wo bist du jetzt? Ich bin nicht gerade ausgehoben. Das kann ich dir verraten. Ja, das weiß ich. Ich bin gerade um Tageslicht. Ja. Und horrelle Kuh. Oh nein. Aha. Könnte vieles heißen, ey. Wo bist du so, Dominik? Das ist ein Rätsel. Ich bin gerade an meinem Gebäude und gucke mir die Landschaft an. Aha. Und wie ist die Landschaft so? Ja, sehr angenehm, ne? Sehr schön. Aber ich schlendere mal zu... zu Petpet. Hallo, Petpet. Hallo. Oh mein Gott. So, hier... Ja, ja, eine spannende Folge, meine lieben Zuschauer. Mhm. Aua. Boah, ne? Dominik macht gar nichts, was er gerade sagt. Ja. Ich habe mich das Gefühl, er sucht die ganze Zeit nur nach Luca. Oh mein Gott, Digga, ich hätte echt fast richtig durch Scheiße gebaut. Kassert. HAAA! Ich sehe die Domi. Oh nein, Alter, zwei Echos. Zwei Echos. Hammer. Hallo. Hallo. Hast du, ihr Wetter Luca gesehen? No. Hier ist der Spitzhacke. Oh Gott. So, außer, wenn man sich jetzt von mir reinbauen würde, kommt man jetzt nicht mehr in mein Haus. Meiner? Ja. Egal, kannst du behalten. Nee, hier. Bitteschön, freutig. Obwohl, doch, doch, doch. Dankeschön. Mal sehen. Ja, doch, schön. Ich hab noch ein paar gesehen. Hast du Luca gesehen? Alter, was willst du hier? Ich bin doch gar nicht hier. Der ist ja, aber vor dem Haus irgendwo. Oh, oh, ich höre ein Skelett. Das ist nicht gut. Der Tim besucht dich gerade. Dominik, weg hier. Was denn? Tim ist doch da drin, du Spastiker. Echt? Ja, ich hab aber Domi-WLP gesehen. Ja, schön. Äh, ja, dann kommt ihr eine neue Brille. Alter, verpiss dich. Ich bin doch, ich bin doch verpiss. Ey, pack die Tür hier wieder hin. Lass um mein Grabbrille in Ruhe. Ey, ich glaube, jetzt gibt es hier zwei Parteien. So, Dominik, du tust jetzt die Tür hier wieder hin, ne? Welche Tür? Das ist griefen. Welche Tür? Da ist wohl eine Tür verschwunden, ne? Ich weiß jetzt nicht, welche Tür du meinst. Aus. Ah! Ich darf mal Hilfe brauchst. Okay, bei mir. Okay, Dominik, du hast Tim damit beauftragt, stimmt's? Nein, hab ich nicht. Ah, lol. Hahaha. Lol, aua. Hör, hör. Was soll das, Gabriel? Ich hab nichts gemacht. Wenn du mir schlägst, Gabriel. Ich weiß nicht, was los ist. Wenn du mich einfach so schlägst, ich hab nichts gemacht. Ich hab auch nix in den Haus abfackelt. Aber ich habe nichts in den Haus abfackelt. Aber ich habe nichts in den Haus abfackelt. Aber ich habe nichts in den Haus abfackelt. Siebzehn Diemanden, du. Ja. Okay, wie reicht jetzt? Gabriel, du hast mich auch getötet. Ja, und du mich nie, ne? Ich wurde getötet, ey, das ist unfair. Na, wo ist das Feuer? Scheiße, ich bin nicht. Gabriel, ich hab darauf keinen Bock mehr. Wenn du mich tötest, ich hab nichts gemacht. Ist so. Ich hab auch nichts gemacht. Ja, jetzt gerade eben. Ja, das ist das eine Mal jetzt, weil du mich getötet hast. Ohne Grund, ohne Grund. Du, einmal kann ich mal an zwei Händen abziehen, wie oft du mich jetzt schon getötet hast. Ja. Wir waren quitt, Gabriel. Jetzt hast du wieder angefangen. Ja, wir haben beide... Ich hab das angefangen. Alter. Gut, fackel das Gebäude an. Fackel das Gebäude an. Ich will es noch wenigstens mit in der Aufnahme haben. Aber fackel das ruhig an, Gabriel. Aber dann kannst du auch nicht mehr normal... Du willst es ja haben, ne? Du, du, du... Aber dann kannst... Aber, aber, denn... Ich hab nicht angefangen, Gabriel. Ich hab einfach nicht angefangen. Wer denn? Ja. Ist doch scheißegal, wer angefangen hat. Aber du hast mich getötet. Ich bin einfach nur bei dir reingekommen. Ich hab Luca gesucht. Du tötest mich einfach. Ja, weil ich gesagt hab, du darfst hier nicht... Ja, ich... Ich wäre da oben nach der Leiter. Nach der Leiter. Wäre ich oben wieder runtergegangen. Du hättest mich doch weitergeschlagen. Ey, Gabriel. 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 Du suchst jetzt auch eine Ausrede. Wäre ich nach unten gegangen, durch die Leiter, hättest du mich getötet. Wäre ich nach oben gegangen... Ja, hast du mich getötet. Weil ich schon vorher gesagt hab, du darfst hier nicht rein. Ja, aber... Alter. Du hast zu mir gesagt, geh raus. Nicht hier, geh rein. Also, geh nicht rein. Ich hab gesagt, Dominik, du darfst hier nicht rein. Ja, das ist... Pff, Alter. Komm, ich fucke sogar das Gebäude selbst an, wenn du willst, ey. Okay, das würde ich sehen. Ja, ne. Gabriel... Äh, Luca, du brauchst gar nicht so schäbig lachen, ey. Kleiner Spastier. Gabriel. Okay, Tim. Er ist zweimal gestorben. Der Spitz hat gescheißen, Mann, Spitz hat es weg. Nein! Nur weil ich einmal mehr gestorben bin als du, Pett. Ja. Oh Gott, das haben wir... Ich hab's nicht gestorben. Ja, Tim. Ähm, habt ihr auch gerade so einen harten Deck? Ja. Schon seit ein paar Tagen. Ich kann meinen Helm nicht aufheben. Oh, ne, ist es genau. Nein, nicht! Oh mein Gott, scheiße. Hallo, ich hab mich abgebaut, Junge. Sehr sehr. Alter, meine Jukebox, die geht richtig ab. Boah, leckt das grad. So eine scheiß Musik. Alfred, was ist gerade los mit dem Server? 150er, Pink, 160er. Das ist mehr wie 150, oder? Nee, 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 ich hab das hier im Auge, drüge im Auge. Zahn und Zahn. Ah, mein Spitz hat gar nicht wieder. Yay, danke sehr. Gott. Jetzt geht's wieder. Was wollte ich machen? Der hat auch eine 60er Pink jetzt. Boah, Alter, meine Jukebox ist nicht so scheiße. Ich hasse die CD. Ey. Aus. Brennen, ey. Halt, ich behalte die. Halt, ich hab' ich nicht mehr. Halt, ich hab' ich nicht mehr. Und warum bin ich schon nicht gefunden? Nee. Nee. Nicht gefunden. Wolltest du dir kommt vielleicht? Oh, du kannst einen kleinen Besuch auf Schatten machen. Du meinst? Ja. Du meinst? Wenn du das so meinst... Und du das so meinst? Das sieht schon mal geil aus. Ah, das sieht geil aus. Das mach' ich. Ich baue das. Das baue ich. Das baue ich. Können wir alle mal schlafen gehen? Oder ist was dann? Ah, geht nicht. Das tut mir leid. Ich weh' aber. Aber es geht nicht.